Was raged du denn da? Da sind doch gar keine Truppen von uns drin Immer defensiver oder Bau einen Push von hinten auf oder Was ist das für ein Poison Spell? Mega Ritter getroffen wird Wird er trotzdem What the fuck was sind das für Barbaren In den Poison Spell, in den Mega Ritter Und in den Executioner Klonzauber Wieder der Klonzauber Jetzt bin ich, jetzt habe ich keinen Bob mehr Klonzauber Pfeile Predict Ich nehme mir auch einen Sparky Hä? Hä, wirklich? Ich nehme mir jetzt wirklich einen Sparky Double Sparky, keine Ahnung One of the Trimaxes hier Die neue Karte der Mega Ritter Ist jetzt offiziell draußen Jetzt ist er im Thronzyklus integriert Man kann jederzeit ziehen Sobald man auf dem Hawk Mountain oder höher ist Das Ganze wird eingeleitet Wird eingeleitet, wird festlich eingeleitet Mit einer Challenge 2 gegen 2 Mega Knight Double Elixir Draft Challenge Also ein Random Faktor dabei ist Teammate 2 gegen 2 Random Mate Das kann wehtun Dann ist es Draft Das kann wehtun Und dann ist es noch Double Elixir Das macht alles noch viel viel schlimmer Diese Challenge Kann extrem frustrierend sein Kann aber auch mega geil sein Es kommen mega lustige Plays Zustande und Entweder macht ein Game ganz viel Spaß Oder halt überhaupt kein Spaß Es ist immer so ne Sache Wir versuchen das Ganze mit Humor zu nehmen Versuchen irgendwie uns diese Legendary Chest zu erspielen Executioner ist auf jeden Fall ne nice Wahl Rakete Überm Poison Spell Wir haben den Packer Dann können die ganz ehrlich gesagt Den Royal Giant haben Mega Ritter oder Valkyre Da nehme ich tatsächlich den Mega Ritter Warum nicht Natürlich Der ist doch viel besser Ist 2 gegen 2 Double Elixir Natürlich nehme ich den Mega Ritter Können die schön die Valkyre haben Okay Hier schreit jemand Ich finde die Challenge lächerlich Ja sie soll auch irgendwo lächerlich sein Schade Das war jetzt hier ein Raketen Predict Wo treffen wir die Ja Ja Okay Schnell die Fire Spirits gesetzt Die kriegen das wunderbar hin Wir haben noch einen Mini Packer Für den Single Target Sehr sehr geiler Magier Direkt in den Poison Spell Sauber Bogenschützen nach hinten Macht auch Sinn Weil Ja ich weiß auch noch nicht warum Gib mir die Mega Ritter noch vorher rein Ja sehr schön Einfach so ein Lightning Anstatt ne Sekunde zu warten Oh die Rocket Die ist aber schon ganz schön Ja so wie ich sie halt eigentlich mag Die Rakete Die wissen doch Die Gegner wissen doch Dass wir eine Rakete haben Was hat er da versucht Oh der Packer Diesmal ist er da Diesmal ist er da Das Verlass auf ihn Spammt er hier noch ganz schön rein Bringt nochmal einen Mini Packer dazu Schön die Koppeln Gehen nach außen Dadurch haben wir da nicht direkt kassiert Ich hau jetzt hier ein Backdoor auf die andere Seite Fire Spirits Kobold Fass Bogenschützen den Down Nee Fire Spirits dagegen sind nicht so gut Die killen sich da gegenseitig gut weg Skeleton Army sitzt Rakete fliegt Ah die Raketen Mann Kein Scheiß Die gewinnen das hier gleich Solo Aber wir verlieren wieder auch safe unseren Turm Wie soll man denn Guck mal Wir haben Mini Packer Packer Warly Royal Giants Die einfach umfallen Aber es bringt halt nur kurzfristig was Die Gegner kriegen viel zu viel Poison Spell Value Der Turm fällt Schöner Berg da auf der anderen Seite Ja macht Damage Jetzt bringe ich mal die Rakete Oh das tut weh Der Ballon ist komplett gewastet Und jetzt fehlt die Rakete gegen die Musketiere Lightning kommt Trifft den Dark Prince da sehr viel mit Jetzt brauchen wir ganz schnell seinen Packer Wir brauchen ganz schnell seinen Packer Oder wir nehmen mal einen Mega Ritter Oh mein Gott der hat das gerade Oh mein Gott Was ist das denn hier Was ist das denn hier? Was ist das Schweine? Der läuft eine Kurve Hat da jemand einen Clip? Der hat den Inferno Turm angegriffen Driftet dann so Übel nice Und greift doch den Turm an Hä? Oder habe ich das Habe ich das eingebildet? Nein Sag ich mir nicht Schön die Bugs ausnutzen Hier fragt ein Zuschauer Hat jemand ein gutes Deck für die Challenge? Finde ich gut Die Frage finde ich richtig gut Friedhof oder Schweinereiter? Die Gegner haben Bogenschützen Und so viel Ja nämlich ein Schweinereiter Der macht hier erstmal mehr Sinn Feuerball immer schön den großen Zauber nehmen Jetzt haben wir auch ein Ne haben wir nicht aber gut So wir haben nice Alter mein Teammate hat er gut gepickt Obwohl Ne 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 Nehme ich zurück Die Nachthäste hätte er ruhig sich mal nehmen können Er hat sich den Royal Giant genommen Und das Kobold fast weggegeben Kann man besser Kann man besser hinkriegen Na super was bringt das denn jetzt hier Ich fand mein Feuerball nicht verkehrt Oh der Ja Oh geil ich hab noch einen Golem Was die Gegner geben mir einen Golem? Was machen die denn? Äh das Musketier ist ein bisschen zu weit nach vorne Ich rette dich Musketier Ne er hat sich schon levelet Royal Giant Royal Giant in Bogenschützen Baby Dragon Mega Ritter Why? Das finde ich nicht gut Das finde ich gar nicht gut Ne das gefällt mir jetzt auch nicht Was hier gerade passiert Da gibt es jetzt ein Bestrafungsfeuerball Oh der gibt doch Value Oder Oh ja So Sauber Richtig gut Supporten wir das Schöner Mega Ritter Kann man machen Da haben wir ein Backdoor rausgehauen Damit wir auch gleich wieder zum Feuerball durchcyclen Ich hab hier echt ein solides Deck Damit kann man arbeiten Oh mein Gott was für ein Eisgeist Genial Sepp kam zu früh Ja man kriegt ja die Fledermäuse nicht erwischt Die Filespirits sind auch noch dabei Das ist richtig nicer Schaden am Turm Schon wieder der defensive Royal Giant Äh langsam wird mir das jetzt hier zu viel Oh das ist ein super guter Push von den Gegnern Ne der defensive Royal Giant ist halt einfach scheiße Der Feuerball rettet da auch nichts mehr Das ist down Das ist richtig down Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen sauer Puh Was raged du denn da Da sind doch gar keine Truppen von uns drin Sehr schön Mit dem Schweiner Ritter durchzukommen Wobei hier auch totalen Feuerball reicht Aber der bringt richtig Value Hatten wir gar nicht gebraucht Okay Feuerball lohnt sich trotzdem noch auf die ganzen Truppen Der setzt mir hier schon wieder ganz schön zu Oh das ist ein super Mega Ritter Doppel Friedhof haben die Gegner Aber wir stehen in der Defense echt solide Die Feuerbälle Carrying uns echt das Game Wir sehen es immer wieder Es sind immer die Zauber Egal ob es die Rakete Poison Spell oder sonst was Es sind immer die Zauber Die einen das hier irgendwie hinkriegen Schweinereider geraged Sind das noch zwei Hits Wtf Wieso ist der Mega Ritter so doll am Turm Verlieren wir das jetzt hier noch Alter Alter Oh hier haben wir einen guten Spruch Den muss ich vorlesen Den muss ich vorlesen Das einzige was der Mitspieler raged Ist Trimax Geil Richtig gut Richtig geil Ja hat gepasst Der hat einfach einen Rage hingepackt Er hat gar keine Truppen getroffen Hier schreibt Du spielst doch selber defensiven Riesen Das ist auch okay Der defensive Riesen ist geil Gerade gegen den Mega Ritter mit Backup Aber nicht der defensive Royal Giant Er hat viel weniger Leben Kostet viel mehr Und er hat dann so viele Truppen Die er nicht spielt Nimm ich die Kanone Gegner haben zwei Riesen Dafür haben wir ordentlich Oh Was machen wir jetzt Bombenturm Oder Tesla Nehmen wir den Bombenturm Der macht in der Challenge Ein bisschen mehr Sinn Wir nehmen wir ihn jetzt in der Luft Also das Ofen Placement Und Point Jetzt mal noch eine Kanone gebracht Da haben wir nichts Ich hab ja nichts Ich muss hier nochmal hier sowas bringen Ist ja auch überschwach Oh schöner Feuerball Ich treffe die Fire Spirits sogar noch mit Die Kanone kann sich jetzt auch mal langsam Um den Riesen kümmern Ja geht klar Sehr schön Kommt direkt schon der nächste Riese Bring mal den Bombenturm Der wird hier auf jeden Fall gut abräumen Prinzessin auch noch dabei Zwei Prinzessinnen Sehr viel Flächenschaden Der Feuerball des Gegners Hatte sehr viel Value leider Okay Der Zapp den Tesla Warum denn Ich wünsche es würde hier Im Mode geben Sowas wie Chill mal Spiel mal defensiver Oder bau einen Push von hinten auf Oder Was ist das für ein Poison Spell Irgendwo ist auch Schluss Irgendwo ist halt auch wirklich Schluss Wir haben beide so defensive Decks Und jetzt sieht es richtig ekelhaft aus Okay der Poison Spell trifft mal was Das ist gut Das ist sehr gut Die bringen hier immer nur wieder Riesen oder so rein Die defensive Truppen Nichts großartig sinnvolles Feuerball kommt Trifft sehr viel Nice Aber es ist ja schon wieder alles tot Oder was Jetzt kommt der Lava Hund Einfach bei Long Freezen Kommt halt so doll durch Wir machen noch nicht mal Ansatzweise Schaden an deren Turm Na nur noch 30 Sekunden zu spielen Er bringt erstmal Den Ofen Ich glaube das ist durch Und dann ist auch schon die Challenge durch Ja Geil Okay Sehr schön Also Leute Ganz wichtig Zapp Immer auf den Tesla Zapp immer auf den Tesla Egal was ist Die zwei Licks hier lohnen sich komplett Solide Teammates Die nicht 24-7 all-in gehen Nehmen wir erstmal einen Ritter Das ist ein wunderbarer Allrounder Den gönnen wir uns Dann nehmen wir uns einen Prinzen Für Single Target Damage Ist erstmal auch gut gegen den Riesen Dann nehmen wir uns Ist immer schwierig Ich finde die Hexe gar nicht so verkehrt Aber die Gegner haben den Poison Spell Aber die Bogenschützen gehen genauso down Von Poison Spell Wir nehmen uns die Hexe Oder Haben wir einen Megaretter und einen Magier Ne, wir nehmen uns die Bogenschützen Wir wollen, dass die Gegner Da ordentlich Probleme bekommen Nehmen wir uns ein Holz Gegen seinen Dartkoppel Im Pfeiler haben wir ja schon Ich habe ein recht günstiges Deck zum Durchcyclen Kann man sich auf jeden Fall gönnen Sehr schön Der Gegner geht nicht direkt all-in Das ist schon mal gut Gegner kommen damit einen guten Push Dann müssen wir hier einen Backdoor reinhauen Schöner Klonzauber Aber die Spear Goblins gönnen sich Die gönnen sich da richtig Noch ein Holz Damit der Magier nicht vom Megaretter getroffen wird Oder trotzdem What the fuck Was sind das für Barbaren In den Poison Spell In den Megaretter Und in den Executioner Klonzauber Ne, ich habe keinen Bock mehr Ich habe es jetzt wirklich gesagt Jetzt geht es Jetzt geht es darum Dass wir hier gewinnen Und dann Das kann doch gar nicht sein Wieso macht ein Gegner sowas denn nie Wieso ist das denn nur bei meinen Teammates so Was Alter Wieder der Klonzauber Jetzt bin ich Jetzt habe ich keinen Bock mehr Pfeile Ich glaube der weiß gar nicht Was ein Klonzauber ist Der hat keinen blassen Schimmer Was ein Klonzauber ist Der wirft den immer Auf die gegnerischen Truppen Barbaren In die Hexe Diesmal hat er sogar was geklont Schöne Pfeile Ist ja nicht so Dass das Holz Seit einer halben Stunde Unterwegs war Wieder die Barbaren In den Megaretter Und in die Hexe Das ist aber ein guter Klonzauber Hat er die Bombe direkt mit geklont Das ist auf jeden Fall nice Holz drüber Das Holz hat Übelweh You killt alle Skelette Plus Schaden an den Hexen Auf jeden Fall sauber Schöne Barbaren direkt in den Poison 12 Perfektes Placement Gefällt mir Kobolde sind dran Wenn sofort bereinigt Holz nochmal durch Den Sprung schafft er Leider nicht Megaretter nicht In den Riesen gesetzt Sondern einfach irgendwo anders hin Holzprojekt für das Koboldfass Eisgrün davor Pfeile kommen 113 AP Nochmal alles eingesetzt Was wir hier haben Nächstes Koboldfass Wir brauchen nur noch Holz und Pfeile Holz und Pfeile Holz und Pfeile Holz und Pfeile Jetzt wirf die Pfeile Komm Wirf die Pfeile Wirf Ja Ja Alter Dafür hab ich ne Award verdient Die Klonzauber Alter Du hast nur wegen seinen Klonzauber Skills gewonnen Ja Den lade ich ein Klonzauber Experte Der hat Also Der hat Der hat den Zauber erfunden Und er sagt noch Good Game Alter Okay Jetzt bin ich gespannt Jetzt bin ich gespannt Aus welcher Arena kommt er 3700 Trophäen Und er wusste nicht Was ein Klonzauber ist Holy shit Der hat sogar 12 Siege In der Challenge geschafft Wie kann man denn 12 Siege In der Challenge schaffen Ohne zu wissen Was ein Klonzauber ist Ach das sind beides So nicht So meine Lieblingskarten Ne Wir nehmen Rage Rage für die Gegner Dann nehm ich mir Ne Ne Lava und Ballon dürfen die Gegner Auf keinen Fall haben Deswegen nehm ich mir jetzt den Ballon Sepp haben wir schon Dann nehm ich Pfeile Obwohl Doppelsepp ist besser Als Sepp und Pfeile Ne Pfeile ist schon gut Pfeile ist schon gut Gegen das was sie da haben Die Gegner haben dann Holz Langfristig ist die Hexe Besser gegen den Laberhund Dann nehmen wir die erstmal Können sie die Prinzessin Oh Gott Was ist das denn Ne Hütte oder ein Bombenturm Ich finde die Hütte fast besser Ja Bombenturm bringt ihn jetzt gegen den Laberhund Nehmen wir die Hütte Nehmen wir einfach die Kobohütte Keine Ahnung was jetzt hier passiert Ich bin auf alles vorbereitet Mal gucken Ich habe schon wieder den Royal Giant und einen Klonzauber Okay ich habe jetzt dieses New Package Ich müsste eigentlich direkt einen offensiven Royal Giant bringen Und auf die andere Seite einen Klonzauber Dass ich direkt zeige Dass ich nicht weiß wie er gespielt wird Oh mein Gott Das setzt da nicht oder Ne das war so ein Prank Sehr schön Ich hatte schon Schiss dass er das echt setzt Icegeist ist nice Denn so ein Icegeist wird dann auch ganz schnell zu einem Nicegeist Nimmt man sehr oft das Wortspiel Ah die haben Doppel Kobold Fass Das ist aber auch nicht das geilste Ne Wir bringen mal Pfeile mit dem Prinzessin Nicht zu groß nervt von der anderen Seite Das wäre eigentlich mal Zeit für ein Ne 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 Ja die Gegner Die Gegner haben Doppel Die Gegner haben schon wieder Doppel Megaretter Und bisher hat jeder Mit Doppel Megaretter gewonnen Muss ich sogar den Dummen Defensiven Royal Giant bringen Der ist einfach nur so hässlich Und die Gegner spammen uns hier wieder mit Doppel Megaretter einfach zu Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen low Dass immer der mit Doppel Megaretter so problemlos irgendwie gewinnt Ich bin die ganze Zeit hier ready ein Klonzauber zu werden Und haben zu viele Hardcore in den Friedhof Deswegen finde ich den Friedhof auch echt nicht so gut in der Challenge Und da tut mir gleich down Die Spam nur Megaretter und Kobold Fässer Wir haben zwei Megaretter und zwei Kobold Fässer Machen wir hier mal sowas rein Pfeile rüber Die Prinzessin down ist immer wichtig Was bringt denn der Friedhof, Mensch? Ich habe es noch versucht zu unterstützen Aber das ist ein hoffnungsloser Fall Einfach so einen Friedhof rein Habe ich, ich habe nichts, hat er was? Ich habe überhaupt nichts, nur eine Hütte kann ich aufstellen Und Pfeile werfen, wenn ich mich beeile Der Megaretter macht alles dicht Einfach zwei Megaretter und zwei Kobold Fässer Holy shit Zwei Megaretter, zwei Kobold Fässer So einfach ist es Klonzauber Pfeile Predict Alter Was war denn das? Das sieht trotzdem nicht gut aus Das sieht gar nicht gut aus Schöne Pfeile Alter, die Pfeile Die machen das ja hier gefühlt alleine Die Pfeile Die Pfeile Oh Gott Rakete oder Pfeile? Nehmen wir natürlich die Rakete Und hier nehmen wir Alter, er nimmt sich den Sparky Und gibt den Minenwerfer ab Nimmt sich den Lava Okay, das geht alles noch erstmal klar Hier nehmen wir auf jeden Fall den Megaretter Noch einen Sparky? Ey, kein Scheiß Bisher haben die Gegner keinen Zap Keinen Eisgeist Ich nehme mir auch den Sparky Hä? Hä, wirklich? Ich nehme jetzt mir wirklich den Sparky Double Sparky Keine Ahnung Sieht man ganz selten, Leute Ganz selten sowas hier in der Challenge Genießt die Show Ich weiß nicht, was passiert Doppel Sparky Einfach nur, weil es episch ist Haben wir nicht auch einen Doppel-Lava-Hund? Doppel Sparky, Doppel-Lava-Hund Ist das OP? Das einzige, was erstmal OP ist, ist die Rakete Die ist halt grenzenlos OP Also die ist so OP Kann man direkt schon mal ans Surrendern Nachdenken Doppel-Lava-Hund Doppel-Miner Unser Deck scheint mir hier ganz schön broken Tatsächlich Alter Was passiert hier? Der ist ja komplett weg, der Turm Weg mit dem Den Sparky, den beschützen wir jetzt hier Guck, wenn man den Sparky beschützt Kommt auch was Geiles bei rum Oh Nice Doppel-Lava-Hund-Royal-Giant Okay, ein Muskeltier entweckt Die Rakete trifft zwei Muskeltiere Geht voll klar Versuchen jetzt hier echt eine 3-Crown Aber wie soll ich das hier deuten? Doppel-Lava-Hund-Turm Doppel-Royal-Giant Die holen sich hier echt noch unseren Turm jetzt Oder wenn der Sparky sich gönnt Alter, der Sparky Was für ein Scheißgerät Ist überhaupt nichts gemacht da gerade Oh, die Raketen Schöner Miner Können wir den Sparky beschützen? Noch ein Sparky Triple Sparky Holy Shit Das ist gewonnen Triple Sparky Das ist einfach eine zu große Bedrohung Das ist so automatisch gewonnen Okay, das ist einfach so Zack Fertig Die muss man einfach nur aufs Feld bringen Dann ist es zu Ende Steht da sofort Sieg Gewonnen einfach So Ich nehme mir die Prinzessin Er darf den Magier haben Ich nehme mir ganz sicher ein Lightning Damit er kein Lightning hat Gegen die 3 Muskeltiere Und dann nehme ich mir ein Mega Er ist beides stark gegen die 3 Muskeltiere Trotzdem Mega Retter besser als Giant Skeleton Das geht klar Oh, jetzt ist die Hat er den Magier Prinz Oder Minion Wir haben die Fire Spirits Wir haben selber einen Magier Wir haben eine Prinzessin Ich nehme den Prinz Double Single Target Damage, Leute Kein Scheiß Das gönne ich mir mal Machen wir Bin zuversichtlich Nee, aber jetzt nicht so aggressiv spielen, bitte Nicht so aggressiv spielen Er macht den Miner Dann muss ich jetzt all in gehen Und mithelfen Oh lol Doppelholz gefailt Irgendwie Solider Schaden zu beginnen Oh nein Da hat er noch ganz schön teure Sachen zusammen Gebastelt Ich hab ihn jetzt gegen Luft Hast du was gegen Luft? Der Magier trifft Oh, der Scheiß Was für ein Scheiß Magier Placement Ich muss freezen Ich muss den defensiven Freeze bringen Und der Magier muss jetzt alles Bevor die Rakete kommt Muss der Magier noch ein paar Hits rausbekommen Ja, okay, Leute Der Freeze rettet uns hier echt den Arsch Eieieiei Eieiei Gutes Holz Defensive Wohnschützen müssen gespielt werden Wieder der defensive Freeze Sonst machen sie alles kaputt Kann doch nicht sein Was ist das denn? Jetzt kommt die Rakete Aber der Freeze hat sich Jedes Mal, wenn ich den Freeze nicht gespielt hätte Hätten wir den Turm verloren Das gibt's ja nicht Poison Spell Jopp, ist gut Mega Retter und Pack Oh, das sieht jetzt sehr gut aus Das sieht jetzt verdammt gut aus Das Musketier bleibt da jetzt auch in der Plörre drin Das ist auch sauber Hier haben wir noch ein Backdoor Als wäre es abgesprochen Wunderbar Hauen wir ihn da zusammen auf der Seite raus Defensiver Freeze Auf alles Mit den Bogenschützen Magier kann alles abräumen Alter Die Defensiv Leute, es ist echt OP Mit so viel Flächenschaden Prinzessin nach vorn Ein Hit Zweiter Hit Turm ist down Auch das ist auf jeden Fall nice Das ist ein richtig guter Mega Ritter Bogenschützen Split Ich freeze echt wieder Irgendwie fahr ich damit gut Ich zieh das jetzt durch Ich hab's noch nie gemacht Aber in dem Game Warum ist das so broken Oh, die Rakete Oh, die nimmt da ganz schön viel mit Die nimmt da ganz schön viel mit Sehr schön Das hauen wir rein Da haben wir die Prinzessin File Spirits Schaffen sie das noch Ja, wunderbar Mega Ritter nach vorn Wir setzen jetzt eine Rakete Wir gehen jetzt roll in Gewonnen Alter 111 HP hat der Turm noch Und ihr wisst Ihr wisst, warum der Turm noch steht Weil die defensiven Freeze Mit Flächenschaden Also der defensive Freeze An sich ist nicht gut Aber mit so viel Flächenschaden War das echt gut Zwei Epic Karts Kann geil sein Es ist Der extrem ultra geile X-Bogen Seit Ja, seit fast anderthalb Jahren Meine Lieblingskarte Ich werde immer gefragt In den Streams Was ist deine Lieblingskarte Welche Karte macht dir am meisten Spaß zu spielen Und da sage ich dann immer Der X-Bogen Ihr kennt mich ja schon Die Leute, die länger dabei sind X-Bogen Das ist meine Karte Sehr schön, freue ich mich Super Auf dem Free-to-Play-Account Den X-Bogen Wieder einen ultimativen Teammate zu bekommen Hier nehmen wir schön jetzt Single Target Damage Ich gebe den Gegner den Lava-Hund Nee, gebe ich nicht Die haben Double Baby Dragon Das wäre zu broken Oh, jetzt ist schon wieder Kacke Jetzt ist schon wieder Kacke Nee Egal Gegner können die Lufthoheit haben Ist okay Wir zerstören sie am Boden Dann nehmen wir nur eine Rakete dazu Und dann können wir auch richtig Ich call jetzt, dass ich mit einer Rakete Zwei Baby Dragons treffe Okay Das ist die Challenge In der Challenge Das kriege ich hin Okay Wir haben auch noch ein Mega Minion Sauber Und ein Executioner Guck, 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 guck Wir haben es, ey Wir haben alles, was wir brauchen Gegen Luft Das ist auf jeden Fall schon mal nice Oh, den Packer hätte ich jetzt auch noch vorne setzen können Aber gut Darüber wollen wir jetzt nicht Weiter meckern Die Packer war zu langsam Fire Spirits Und ein Kobold Fass Guckt Leute, ich hab's euch gesagt Wir haben richtig, richtig, richtig viel gegen Luft Das ist halt echt nice Gut, der Bomber ist natürlich super useless Müssen wir nicht drüber reden Aber der Rest Gegen Baby Dragons und so Das ist halt eine ganz sichere Nummer bis hierhin Oh, ist schön reingetimt Die Kobolde machen Damage Die machen auf jeden Fall Schaden Und der Executioner Kriegt auch einen wunderbaren Hit raus Fantastisch Richtig gut Das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen Mit einer Rakete da alles abzuräumen Hauen wir mal nur so eine Rakete rein Treffe ich noch die Baby Dragon? Ne, oh mein Gott Ich hab nur Fire Spirits getroffen Das reicht natürlich überhaupt nicht Was soll ich denn mit Fire Spirits treffen? Geht aber noch klar Kobold Fass Raketen Kombi Setzt da was? Er setzt was Aber na gut Gegen eine Eisskule bringt das jetzt nicht so viel Valküre davor Noch eine Prinzessin Valküre beschützt die Prinzessinnen Das bringen wir dazu Und die Rakete finisht den Turm mit 5 HP Sauber Übel doll gewonnen in der Kartenauswahl Haben wir alles Luft gegeben Alles Luft Alle Baby Dragon Loverhund Alles mögliche Wir haben Executioner Dart Goblin Bogenschützen Alles Alles haben wir 8 zu 2 Es steht 8 zu 2 Ich hab's Ich hab's nicht geschafft Zwei Baby Dragon Mit einer Rakete zu treffen Das stimmt Valentin Lieber Trimax Schreibt Lies bitte alle Spenden vor Von Anfang an Ja machen wir Machen wir noch Jetzt wollen wir natürlich aber wissen Wie es hier weiter geht Die Free Chiss öffnen wir natürlich auch noch Valküre Super 8 zu 2 Leute Ach Gott Win Condition Loose Condition Poison oder Rakete Wir sind bisher wirklich besser eigentlich mit den Poison gefahren Dann nehmen wir den Die haben auch wieder viel Was zum Was man mit dem Poison spell kaputt machen kann Wir nehmen uns Oh das ist auch schwer Das ist die ganz schwere Auswahl Ich glaube ich nehme echt den Elektromagier Wir haben genug Single Target Damage Wir haben Packer und Mini Packer und Musketier Ich nehme den Elektromagier Das ist gar nicht so verkehrt Wir haben auch den Packer Packer Ramburg Das ist bisher alles ganz nice Jetzt brauchen wir nur einen guten Teammate Da lohnt sich wieder ganz toll Der Poison spell Oh mein Gott Der Mega Ritter Okay das hätte ich mir denken können Das musste wirklich nicht sein Der Packer steht noch Wunderbarer Ritter Sehr schön Sehr viel Schaden schon auf der rechten Seite Da kommt er dazu Ganz gefailter Ballon vom Gegner Wir haben ein Musketier noch da Doch nicht Wird umgeleitet Poison spell drüber Oh mein Gott Bogenschützen down Genauso wie der Ballon Sauber Richtig gut Rechter Turm von den Gegnern Nur noch 500 Versuche hier den Dart Goblin durchzusneaken Schon Dart Goblin Zieh Dart Goblin und Spear Goblin Turm ist down Was Lightning Oh deswegen haben wir ein Poison spell dabei Guckt euch das mal an Schön noch einen Holzfäller rein Ja genau so Hier haben wir die Bogenschützen Der Ballon kommt hier auch überhaupt nicht in die richtige Richtung Also so gar nicht Jetzt noch ein Ritter Der ist eingefroren Das sieht verdammt gut aus Leute Das sieht sehr gut aus Was ist das für eine Rakete 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 auf ein totes Auf eine tote Koboldhütte Poison spell wieder drüber Rambog connected Friedhof ist auch dran Baby Dragon hilft mit Poison spell am Turm Oh das sieht super aus Das war jetzt vielleicht ein bisschen risky Alter dieser Elektromage Der nimmt sich jetzt hier nochmal alles mit Der Riese macht gerade noch ein bisschen viel Schaden finde ich Oh oh Holz predict Trifft nichts Aber ist ganz ganz viel am Turm Poison ist nochmal über alles Die kriegen unseren Turm noch Okay jetzt kein Fehler mehr Schweinereide am Turm Schweinereide am Turm Das Ding ist durch Es ist noch nicht durch Ich hab mich schon gefreut Okay Lol der Bug Ich hab hier einen kleinen Bug Die Koboldhütte sah ein bisschen verpackt aus Okay So haben wir bitte einen Zauber Haben bitte einen Zauber Zauber ist da Das Ding ist durch Und das sind die neuen Siege Sauber Oh mein Gott Sehr schön Oh neun Siege Ja also Leute Ist jetzt Keine Ahnung 30% Skill 70% Luck Luck erstens Starterhand Draft Was hat man für Karten bekommen Was hat man für ein Teammate Wie stark oder schwach sind die Gegner Das sind alles Variablen Die man nicht beeinflussen kann Man kann nur sein bestes geben Darüber lachen Wenn es nicht klappt Das Ganze mit Humor nehmen Es hat funktioniert Es sind die neuen Siege Und Dann gucken wir uns das mal an Es könnte jetzt natürlich schon Der Mega Retter sein Auch wenn die Wahrscheinlichkeit Einfach unfassbar gering ist Es ist der Free2Play Account Wir haben hier noch nicht mal Alle Legendaries Mega Retter kam heute Und gerade eben dazu Mal gucken Was wir aus dieser Legendary Chest bekommen Für nur 10 Gems Auf jeden Fall nice Ich öffne das Ding Und wir bekommen Den Elektromagier Was Die ich z- Ohohohohoho Leute Wie viel Luck Ich krieg immer den Elektromagier Auf dem Free2Play Account Der ist schon Level 2 Hier steckt kein einziger Cent drin Der ist schon Level 2 Und wir brauchen nur noch 2 Dann ist er schon Level Elektromagier Geht Richtung Level 3 Free2Play Innerhalb Innerhalb LoL Super nice Jetzt haben wir noch Diese Kiste Hier 1100 Gold Und die Karten waren Ja ne die waren nicht so gut Das Gold nehmen wir auf jeden Fall mit Da jetzt haben wir noch die Clan Chests Dann öffnen wir die auch noch gleich mit Oh Fire Spirits Ritter Zepp Alles Karten die wir brauchen 27 Mal der Heilzauber Und 3 Mal der Prinz Ja Hält sich